Zeig mir mal deine Augen. Okay, ne, du siehst aus wie Farid Bang. So Leute, bevor das Video beginnt, eben nur ganz kurz Werbung auf Nacken, ihr kennt es ja. Ganz kurz nur, wollte ich euch mitteilen, dass ihr, wenn ihr was immer in dem Shop ab dem 24.11. was bestellt, so eine signierte Autogrammkarte dazu bekommt, gratis natürlich. Das sind jetzt knapp, noch nicht mal 100 Stück, die ich hier signiert habe, also schon ein bisschen Arbeit. Ich weiß, ich habe das schon beim letzten Video angekündigt, aber nochmal für die, die es nicht wissen, ab dem 24.11. kriegt ihr eine Autogrammkarte, egal was ihr bestellt. Alter, reicht doch jetzt! Ich schreibe euch das auf jeden Fall auf euren Kalender irgendwie auf, damit ihr Bescheid wisst. Support Isla, Freunde, und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Was gedacht, meine Freunde, gerne? Pusse am Start, heute mal wieder. Warum ist das so dunkel und warum sehe ich aus wie ein Wasser? Heute mal wieder mit einem neuen Chat-Rollade-Video. Ja, ich hoffe, meine Hamsterbacke ist weg. Da haben wir einen Hund. Ich hoffe, meine Hamsterbacke ist weg. Ihr wisst euch, ich habe weiße Zähne gezogen bekommen und ich habe auch fast eine Woche nix hochgeladen. Sorry dafür, weil ich dachte, ich sterbe. Ich lag drei, vier Tage nur auf meinem Bett, bin bunt draufgestanden, war duschen. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und Fernsehen geguckt. Vier, fünf Tage durch. Ja, übrigens draußen, vielleicht kann man das hören. Wir haben 18.30 Uhr, die Behinderten schießen draußen mit Silvesterknaller. Ich dachte hier gerade, ich bin in Syrien oder so, Mann. Oder keine Ahnung, in Afghanistan, weiß ich nicht. Obwohl, nicht das jetzt Gute... Nicht das jetzt Krieg, was Gutes ist, aber... Was geht ab? Mark Medlock! Was lächelst du mich an, Landau-Pitsch? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum haben wir keinen Nacken eigentlich immer Angst vor Hunden? Ohne Scheiß, wenn die einen Hund sehen, die rennen über alle Berge. Schlimmer als bei Schwarzen. Yo! Yo! Wer dich denn farscht? Meh, du! Ey, ich komme auch noch auf mein Leben nicht klar. Wappenwichser! Und der hat eine Katzenmaske anladen. Was mit... Was ist mit den Leuten los? Sind ja alle aus wie aus RTL, Mann. Geht denn hier ab? Geht hier gar nichts ab, oder was? Geht nix ab? Hier gab es nur diesen einen fetten Knecht, der hier so... Eine Fahrradkette zwischen hatte, Mann. Er wusste ja, dass ich bald mein Auto verlieren lasse. Ich lasse mein Auto richtig geil tunen, Mann. Da kriegt ja noch alles ein Video zu, aber... Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich war so ein Freak. Es gibt ja GTA für den PC. Und wir alle wissen, es gibt Mods für den PC. Das gibt es für Konsole gar nicht. Ich habe mir einen Mod gemacht, dass du Mercedes-Autos und so, BMW und so, alles für GTA hast. Dann habe ich mir ein CLA geholt und habe den in der Werkstatt so foliert, wie ich ihn echt foliert haben möchte. Ich lasse mein Auto folieren, Felgen, ein bisschen Tieferlegung. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall ordentlich schon. Im vierstelligen Bereich. Ist das ein Pfirsich? Das ist ein Apfel. Tu mal den Apfel weg, Schneewittchen. Oder Rumpelstilzchen. Oder Asterix und Oberlix. Keine Ahnung, was das für eine Folge war, wo die so einen Apfel reingebissen hat. Obwohl, nee, lass mal dran, du jackst hier bestimmt rein. Egal. Auf jeden Fall schon ordentlich und so, wie es in GTA aussah, hoffe ich mal, dass es auch so ein echt gut aussieht. Ich erwarte einen Kanaka, der hat einfach ein Spiel verglichen mit der Realität, Mann. Was lächelst du die ganze Zeit? Bist du high oder was? Ey, was geht? Hey, alles klar, Mann. Oh mein Gott. Tschüss, Michel. Nein, Bruder. Tschüss mal dein Leben, was schreibt der so rum? Hey, warte mal, Bruder. Da soll man aufhören zu schreien, ist der im Zoo oder was? Nein, kein Zoo. Mach mal Licht an, genau. Ah, der hat ein Bild gemacht, der Wichse. Mein kleiner Bruder sucht direkt Foto machen, weißt? Ja, direkt ein Jackson, Alter. Nur oben. Heute gar keine Leute, mit denen man chillig reden kann, ne? Der eine hat sein Handy an, seine Musik. Der andere schreibt mich an. Eigentlich schreit mich alle an, aber... Fake bist du. Safe, du bist fake. Aber kein. Fang jetzt nicht damit, sonst fick ich deine Nase noch. Der hat mich einfach geskippt, jo. Watt'n... Watt'n Keddo. Sorry, trainier's wahr. Okay. Der trainiert auf jeden Fall seine Augenbrauen. Was geht, Alter? Boah, ich dachte erst nur, du spielst in deinem Sack, Alter. Geht doch nicht, Alter. Was, Alter? Ich nicht, Alter. Wie ist dein alter, Alter? Alter, alter, alter. Und, was machst du heute noch? Was machst du so? Du kannst mich direkt nach einem Date fragen, wenn du so Fragen stellst, Bro. Nee, danke. Warum nicht? Zeig mir mal deine Augen. Okay, nee, du siehst aus wie Farid Bang. Scheiße, Dicke. Ey, Mann, wenn ich mich der Ton lache, werde ich so rot im Gesicht. Salam alaikum. Alaikum salam. Weiß dein Bruder, dass du auf dieser Plattform bist? Really, nigga? So, Leute, das war's mit dem Video. Lass mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Heute ging nicht so viel ab. Checkt auf jeden Fall noch mein Merch ab. Am 24.11. Hey, Lubin ist doch schon vorbei, oder nicht? Am 24.11. bei jeder Bestellung kriegt ihr, wie gehabt, ein Gratis... Gratis, eine Gratis-Rotogrammkarte dazu, ab dem 24.11. Ihr wisst Bescheid, Leute, ist ein Freitag, schreib ich das auf. Und ich würde sagen, Peace, Leute, haut rein.